Jo Leute, willkommen zu meinem dritten Overwatch. Starten wir jetzt einfach mal. Heute gucken, ob wir den nächsten Cheater-Band können. Er schlägt. Ah, geht auch. 26, 14. Scheint zu smutten. Oder zu chillen. Hallo? Also sein Crosshair-Placement ist ja extrem. Ab auf Schieben eigentlich. Jump-Skills hat auch. Geht ab, der Junge. Okay. Na? Das würde man sagen, Silber am Cheaten. Ja, Silber am Cheaten. L share. aproxim chang cô a pas, aber ich bättre. Wreselgen. Dolenzene. Das Caption wird. Da und rein ich schon gar nicht mehr raus. Dark Shrine. Doppeln. Da ist ich ziemlich sicher, dass er auch gerade hochhängt. Also, hier muss ich jetzt nichts sehen. Man sieht, dass ein Silberspieler mit Cheats ist. Er läuft einfach nur durch, bis er jemanden sieht. Von hinten picken? Ja, genau. Der wird cheaten. Kein Problem. Er guckt sich nicht mehr um. Sieht interessant aus. Oh, oh, oh. Zu weitgehend. Das war scheiße, Million. Uh. Einfach durch. Ja. Also, nun aber hast du es nicht verraten. Fotze. Der ist doch mal durch, aber... Viel gibt es da nicht mehr zu sehen. Mehr brauche ich nicht sehen. Sagen wir mal so. Da. Nee. Ja. Nein. Urteil abgeben. Klare Sache.